Musik 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 Meiner Leute was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blacklight Retribution mit mir dem Showbox und dem wunderbaren Sarshan Cola Moin Ich spammt dich mit Eismitgranaten zu ne Was heißt ihr? Bist du ein Gegner-Team? Ja Ja wir sind ein Gegner-Team Space Marine ist auch noch dabei Moin Und ich bin noch in der Metro auf Koff-Modus Ja ich bin hier grad nicht so auf Koff-Modus Alter Ich war grad auf Punkt-Modus aber dann kam eine Granat-Modus Das war schon vor uns grade Koff oder? Ja Voll geil Alter Stehen alle da Und Cola mit der Sonarverspielung? Ich spiel mit der Max Ähm aber ich weiß nicht weil ich hatte halt sonst immer die H Machst du das? Ne Gut Ähm ich hatte halt letzte Runde ja die H Also das letzte Runde letzte Folge Ja genau Aber ich find die ist von Metro Nicht so krass Ja Weil die Max schießt halt absurd schnell ne Ich hab das mal danach die Waffe einfach gewechselt Absurd Nein oder oder H Ja Assaultrifle oder H Ich halte die LSD genommen Was laberst du? Hä? Assaultrifle? Halb ich doch nie Da spielst du doch ne Menge damit Oder hast du mal ne Menge damit gespielt? Ja hab ich Ja und von der Schnelligkeit ist ja als hätte die Waffe LSD gespielt oder so Ja was du? Ja ja genau Shorbox Ja ja Ehhh Achja ich hab ich hab jetzt ne Schrotflinte Ich halte das jetzt mal Revolver zum snipen Aber Ich find Ah ich hab vor uns Und Overkill Mit der Shotgun gemacht Das ist Ich hab mich verliebt Ja Schaumhallos zu messern Klappt aber nicht so ganz bei mir Ach geil Ach als ob er noch so Weißt Hätt ich Der kam da so raus gerasht Nein egal 5 3 Und Showguns hat 4 4 Ähmste analysieren Weil das Team ist dein Dienstschein ein bisschen Äh Acht Besser zu sein Du bist da irgendwo Riechst Ey Ne Was warum redet er Oho sehr gut Sehr gut So Wer ist da alles? Loll Alter Loll Ich hab nur den Salmongewehrtypen abgeschossen Und dann kommst du um die Ecke Und dann mach ich plötzlich fertig Ich komm auch klar um die Ecke Junge Loll Was war das denn richtig? Richter Lacker Alter Aber die ist schön voll Ja Sieht doch in letzter Zeit Ähm Immer so ein zwei Leute die mit uns mitspielen Also sie mit im klaren Sinn Das freut uns natürlich Richtig krass Ah du Lappen Ja Stimmt's Cola? Mhm Ja Spielt auf meiner Seite Haha Dass ihr quasi immer so mit uns spielt und online seid und guckt wann wir spielen Apropos wann wir spielen Wir werden oft gefragt in den Ähm Oh krass Wann seid ihr online? Ja Leute Bitte Bitte Das kann man nicht wirklich sagen wenn wir spielen Wenn wir online sind genau Das ist halt Könnt ihr sagen Yo Den und den Tag die und die Uhrzeit Das geht nicht man zockt wenn man Bock hat und fertig Ja und wenn man auch noch ein kleines Privatleben hat ist es auch ein bisschen schwierig um abzugrenzen Man zockt Man zockt auch gern mal ein bisschen eher damit man ein bisschen was vorproduziert weil wir nicht alles auf dem letzten Drücker machen Und deswegen haben wir uns das kleines Überlebenskoller Erzähl mal Du bist jetzt tot und kannst dir gleich mal erzählen Du bist jetzt tot wie er es übergeleitet hat weil er wusste dass er überlebt also ein Spaß Ok genau so wir haben uns gedacht wir hatten das ja schon mal früher so ein bisschen mit diesen Community Events oder so Womit ihr uns mitzocken konntet Durftet irgend sowas Ähm Und Genau Das haben wir uns gedacht das war ja immer Also Bisschen damals Bisschen unübersichtlich Ähm Deswegen haben wir uns gedacht Dass wir sowas ähnliches nur bisschen kleiner halt machen Dass wir euch jetzt nämlich sagen Dass wir Freitags Ähm Ja Showbox Uhrzeit was hatten wir gesagt Ja 20 bis 22 Naja ja also so Von der so Oder sagen wir mal gegen 21 So Dass ihr wisst jetzt also Dass wir von Also das nicht von Nicht bis Einfach von Also dass wir Freitag Äh 21 Uhr online sind Und wenn ihr mit uns zocken wollt Dann könnt ihr Freitag 21 Uhr online kommen Und mit uns zocken Höh So einfach ist das Das heißt ihr müsst euch auch keinen festen Termin ausmachen Sondern ihr könnt einfach sagen Okay diesen Freitag kann ich nicht Gucke ich mal nächsten Freitag Wir können aber nie 100% garantieren das funktioniert Weil wie gesagt Privatleben geht halt vor Aber es wird Es wird eigentlich immer gehen Weil Freitags ist so ein Tag bei uns Da Zocken wir noch Ist dann das Wochenende Und Freitags ist eigentlich auch jeder von uns da Seit Es ist irgendwie so Wochenendsausflug Wobei wir da auch eigentlich immer Samstag los geht Und nicht Freitag zumindest bis abends dann noch zocken kann oder so Deswegen Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben wie ihr das findet Ja Ob das Alter Scheiße ist oder Cool oder so Und in der Woche wird das wahrscheinlicher sein als am Wochenende Als in Ferien Also der nächste Freitag ist halt bei uns ein Ferientag Und dann bin ich wahrscheinlich nicht da Deswegen ist das ein bisschen doof Aber in den Ferien ist es halt so Da Dann zockt ihr mit mir Ja Aber Cola wird bestimmt da sein Oder vielleicht auch nicht Wissen wir nicht Der nächste Freitag Achso doch der ist Ja genau Auf jeden Fall Auf unseren TS Da findet ihr auch eine Menge Leute die auch gerne Blacklight spielen Die vielleicht auch schon aus einigen Videos kennt oder so Ja der Und die sind auch alle sehr nett Shit Ähm genau die TSIP Machen wir es jetzt mal ganz offiziell Ist jetzt immer in der Videobeschreibung Genau Guck mal der ist Level 24 Der kann sowas gar nicht Der kann Der darf das gar nicht können Müsst du abschießen? Ja nö Kann der eigentlich noch gar nicht Ne Hat er noch nie gelernt Wird eigentlich noch ein bisschen so Ja so ein bisschen Wie er sich meine Kaffee krippen wollte Ähm so die IP so ein bisschen versteckt So kann der nicht jeder so sehen Und Ja genau Würde es in der Infobox sein Können gerne joinen Sind auf jeden Fall ein paar aktive Boys drauf Oh wie ich hier mal Headshots rausdrücke Ich drücke und drücke Oh die Annäherungsminke Die Geh mal ein bisschen auf den Sack Alter Oh ich mache immer schönes Nein Nein Oh Sheesh Bin exakt in die Grad nochmal reingerannt Ach Ich merke schon Hier sind wieder die Hacks am Start Alter Leck mich die Annäherungsminke Oh man Nein Und apropos mit Leuten zusammenspielen Achja Das klärt das Alter das war meine Waffe Die haben jetzt alle Dein gesamtes Team hat meine Waffe Wenn ihr in den Clan wollt Ja warte mal kurz Jovox Ich wollte gerade irgendwas sagen Ja Deine Waffe Ah ja Das gedanken vielleicht vor uns so dass das 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 ist irgendwie nur so bei Termin machen Ist natürlich Oh Leute Ist natürlich auch logisch dass ihr Also dass wir auch sonst immer mal zocken ne Also ihr könnt meinetwegen auch Montag 19 Uhr online kommen und dann mit uns zocken Ist natürlich genauso geil Ja ja Nur halt Also dass wir sagen nur auf Freitag Ja Wie gesagt Ne Wir wollten euch nur mal jetzt ne Zeit nennen weil Ne Zeit nennen ist besser als keine Zeit nennen Und so äh haben wir uns das jetzt gedacht Ja wir sind eigentlich Freitags eigentlich immer online Und allein Ja Und vielleicht hat auch nächsten Freitag schon Blackout das neue Update Das heißt wird auch mehr gesuchtet von uns Das heißt Wahrscheinlichkeit ist größer mit uns zu wählen Ich muss Und wenn ihr natürlich wie wir ähm wir haben auch eigene Clane wie es natürlich gehört Ähm wenn ihr den join wollt Vielleicht Ich weiß nicht ob die Clans sogar Dann addet doch bitte den Cola im Spiel Endet Und schreibt am besten in Komi mit eurem Namen rein Und schreibt im Spiel Kunde was da ist Kola in Komi Ja Also Cola in Komi schreiben im Spiel Kommentar wäre immer nicht schlecht Ja genau Weil sonst haben wir kein Plan wer was ist Weil ihr heißt dann schon im Spiel ganz anders wie auf Youtube Ja genau Und das ist dann sonst bisschen real Dann Ja Wir adden euch dann im Clan Und dann haben wir keinen Plan Ihr wisst halt wenn ihr immer mal Kommentare schreibt dann kennen wir euch natürlich Und dann Ja genau Es gibt ein paar Leute da kennen wir das so schon Genau Rönt der weg? Oh ne warte hier Bam Insta-Hit So So Der will ein Heddy Haha Heddy willkommen Och und immer diese weiße alter wie heißen die Ne nicht der Wir rennen Ihr habt nur Lappen im Team und die sterbt die ganze Zeit Die Runde geht übrigens lange Wir haben die ganzen Punkte Ja Ich check das grad alles erst Das ist grad letzten Minute Du Gourne und hängst Oh lol Er hat mich niedergeswurmt Is und nu No No Er hat mich nieder geschwurmt Mann Oh, Alter. Das geht hier ab. Harte SMG-Party. Alter. Zieh. Ist der tot? Der ist tot. Gut. Showbox, ihr habt verkackt. Oh, jetzt ist es offiziell. Ja, jetzt ist es offiziell. Ja, gut. 21, 21 kann man, glaube ich, stehen lassen. Kann man nicht. Bei dem Team 1 zu 3 Verhältnis kann man... Kann man... Kann man schälen lassen? Oh, ja, komm, Showbox, komm, Showbox, komm, komm, lass, 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 lass. Ey, ist es sein Ernst, Space Meme, ist es sein... Nein. Nein, die Scheiße, die Scheiße, ich bin reingerannt, dreimal geschossen oder so und nicht ein Schrote hat getroffen. Ein Schrote, Junge. Oh, ja, mein zweiter. 5.000 Punkte, Cola, muss ich sagen, gibt es ein kleines GG von mir. GG, hashtag gibt es ja von mir. Hashtag GG. Älter. Would I would sprint 500 miles? Ey, hier, mit das Left kriege ich jetzt hier mal Cola? Okay, löw. So, raushauen. 190 nur? Oh, das geht aber mehr. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der zweiten Runde. Bis gleich. Bis gleich, Ludo. So. Warum sag ich immer so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil du auf Sören, vielleicht bist ein kleiner Sören-Fanatiker. Sören. Auf jeden Fall sind wir zu dritt in einem Team. Beat Power for the win. Ich habe gleich mal Suizid zum Anfang gemacht. Oh, ich habe A gerettet, Alter. Domination Metro übrigens. Rennt er wieder vor mich, Alter. Und wir müssen einfach alle Punkte einnehmen. Schaffst du das? Easy game, easy life. So, Showbox. Ähm, genau. Aber wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen mehr auf die Punkte. Nicht so aufs Kill machen. Und ich habe A. Und wir haben B und wir haben C. Äh, ja, läuft. Gut. Mh. B. B, 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 B. Ja, ja, bin unterwegs, bin unterwegs. Scheiße. Oh, what the fuck? Wie der weggeflogen ist. Scheiße. Jesus. Putka, war das ja? Nein. Was heißt Putka? Irgendwas russisches bestimmt. Weiß nicht, weiß nicht, Quotara. Russischer Spaß. Ähm, ist gegen Rosen? Jo, Cola und Show. Oh, passt, ist auch dabei. Hä, Alter, wie richtig hart. Nein. Spawn Ripper ist der beste Rape. Oh shit, wohin mit der Granate? Wo sind? Oh, das war gut. Alter, kann der nicht hacken? Der wieder kommt ja verkackt. Verrückt, wir haben alle Punkte, ne? Die Runde ist gleich vorbei. Guck mal, geh mal zu A. Geh mal zu A. Loy. Ich wurde gehedgehottet. Na, ne, ne. Voll im Boss. Geh mal zu C, ich mach A. Ja, da kommt einer vor. Der fuck, der rennt einfach vor mich? Was ist denn jetzt hier los? Die rennen alle an mir vorbei. Hab ich meinen Unsichtbarkeits-Hack noch an? Hä, 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 hä. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, scheiße, die ist wieder bei... Apropos Unsichtbarkeits-Hack. Ähm, es wurde wahrscheinlich... Fuck, ne, es ist grad Bullshit, wie ich anfange. Ne? Äh, ja, Unsichtbarkeits-Hack. Ne, okay. Ich bin ein kleines, armseliges Verwirrtes. Wirst du denn, wirst du zugeben, dass du hackst? Würstchen. Nein. Ach. Beat Clan Again, was ist das mit... Ich kann jetzt grad nicht lesen. Sorry. Was ist das Scrim gegen Beat Clan Again? Äh. Hä? Was soll mir das sagen? Nein, Granate. Das sollt ihr sagen? Ich überlebe die Granaten immer. Ähm, Wut. Mann. Was ist das Scrim gegen Beat Clan Again? Was ist das? Ich bin mir nicht so ganz sicher, was der mit ausdrücken will. Vielleicht eine besondere grammatikalische Form? Also, ich kenne auch den Wut nicht und Born to Heat ist mir auch kein begriffischer Name aus den Kombis oder sowas. So, jetzt wird geraped. Na, passt so. Aber was, äh, ziemlich cool ist, Leute, habt ihr ja auch schon, äh, uns fleißig schickt, dass die 6. FPS übelst abgehen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. 10.3 ist schlecht. Also, ich denke mal, dass 6. FPS nicht eine coole Neuerung ist. Genau, 6. FPS. Unsere Videos, iiiiih. Jetzt bin ich so dumm, sorry. 1. Blacklight ist ja raus. 6. FPS. Ja. Wir werden es nicht, ähm, für jedes Video jetzt erstmal demnächst schaffen, weil das natürlich auch für uns erstmal eine Umstellung ist. Scheiße, groß ist die da drin. Kunde, ich werde hier mal weggesnipet. Oh ja, bekämmt halt. Äh, äh, wenn ihr das mögt, ne? Ne, gut, Showbox. Gib ruhig mal ein Like. Ja. Was? Mach das. Lass die bei C ruhig versauern. Wir bekämmen uns im A und B. Ja, mach ich auch bei B. Ist sie win, ist sie live, sagst du? Ein Geschütz hat sie aufgestellt. Ist das ihr Ernst? Ah, ist wieder weg, okay. So. Scheiße, ich weiß nicht, Showbox, spielst du auch mit der Max? Ich stimmt, ich spiel auch mit der Max. Ich spiel mit meiner, mit meiner, mit meiner Geldmaschine. Geldmaschine. Achtung. Mit meiner Geldmaschine, äh. The fuck. Ich glaube, bei Ars niemand mehr. Okay, hier. Machen mich jetzt, bomben mich grad zu hier, Alter. Ah, Jungs, wieder? Ach so. Das sagst du mir jetzt. Sag mir bitte. Oder sag mir bitte, du hast keine Damage. Max? Na. Äh, nein, hab ich eigentlich nicht. Hab ich eigentlich, wirklich nicht. Na, es ist eigentlich eine ganz normale, also ich hab's euch eine ganz normale Max. Die heißt sogar Standard Tactical Classic, ja? Und wenn das keine unfaire, äh, wenn das eine unfaire Waffe ist, Leute, dann weiß ich auch nicht, was mal, was eine fairer Waffe sein soll, weil... Ich hab wirklich eigentlich keinen Damage. Ich hab eigentlich so, dass es Low Recall ist. Gut, der war ausgeräuschert. Nein, der ist schon tot. Alter, Alter, ich hab mich verarschen. Du A gedaggt. Jetzt zwei Kills und vier Deaths, okay. Ah ja, geht zu A. What the fuck? Wir haben A mit C getauscht. Achso, Low Recall gagt. So, jetzt geht's aus dem Maul. Ach, wie viel sind wir da? Warte, nee, mach nicht. Kunde. Au, 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 au. Ich bin richtig low. Bastra hat das Spiel verlassen. Oh, Jesus, Alter, ich wurde grad richtig los. Wo kommen die immer her? Wo? Die stehen immer irgendwo in der Mitte, in der Ecke. Der Mitte, Junge. Das klingt immer lustig. Ich brauch Kills. Wie gesagt, Leute, bei dem Deathmatch geht es hier nicht so um die Kills, sondern eher um die Punkte. Ich bin mal dein Satz-Vervollständiger. Och, dankeschön. Ja, es ist Freitagabend, Leute, weil ich bin wocheinend nicht da. Ich brauch' einem antworten. Deswegen. Born to Heal hat das gefragt. Ach, Born to Heal. Ja. Born to Heal. Ist das ein begriffiger Name? Nein. Griff hier euren Namen, Junge. Ich hab' keinen Damage-Max. Ich hab' keinen, äh... Ich hab' wirklich nicht. Die hat übelst viel... Guckt mal, Leute. Mit Damage-Max wurde nicht... Ja, zeig' den da mal den Namen ein. Wenn sie das irgendwie so nach... Äh... Ach, ich hab' schon aufgeholt mit Schießen, Alter. Als ob. So. Gut. Hab' ich ja... Ne, also... wär' mir neu. Achso, klar, sie macht Damage, ne? Ja, lol, wir haben dieselbe KD, Alter, und du hast erst mal 800 Punkte mehr als ich. Läuft, bitte, würde ich sagen. Ich, sech' ich bin noch erster geworden. Läuft, egal, KD, egal, solang erster. Wie. Solang erster, solang erster. Pasch, eins. Öh. Passt schon einfach noch, gg. Wat? Passt schon einfach noch gg. Ja, er ist... mit normaler Munition. Mit normaler Munition. Wer hat den Skill mit einer Standard-Tactical-Night-Ader. Wie ist das? Ja, dann hat der den Skill für alles, ja. Und wenn er so... Ich hab' bis 1150 mit der Standard-AR gespielt, ne? Ach ja, damals, die guten Leutenzeiten. Ich hätte erst die Arcana-Demax. Aber gut. Ich weiß noch, wo es drumherr reingepatcht wurde. Äh, für diese Folge. Die nächste könnte vielleicht schon mit Update sein. Der März, äh, endet bald, ja, neigt sich dem Ende. Und, ähm, wenn er nicht diesen Ende März kommt, dann wahrscheinlich Anfang April. Also, Leute, macht euch gefasst. Hm, ja, könnte sein. Ähm, ansonsten habt ihr ja alle Infos bekommen. Ansonsten hier ist in der Infobox und... Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein, Leute. Tschüss.